Ich habe wundervolle Stimmen, die ein Duett singen, das man wohl nicht jeden Tag so hört. Und zwar singen unser Schleddi und die Liedler ein Duett. Und dazu muss man sagen, dass unser Schleddi trotzdem Kälte heute singt, also ein extra großen Applaus für ihn. Ich kann jemanden meinen Arm halten. Kannst du ja recht, oder wie? So, das passt. Und dann sehen Sie doch da vorne. Töste, töste. Töste, töste. Töste, töste. Töste, töste. Untertitelung. BR 2018